Hallo Leute, ja, es geht weiter. Oh, nervt mich nicht, Ua. Dankeschön, dass du jetzt verschwindest. Ja, okay, wo soll ich jetzt hin? Oben oder unten? Ich geh einfach mal nach unten, vielleicht gibt's ja irgendwas. Hoffe mal. Wir siegen alle Gegner. Es ist eine Treppe. Ja. Und wo sind die Gegner? Was? Stand da nicht irgendwie grad? Warte, komm her. Oh, da ist der Gegner. Und, und. Geschafft. Okay, ich hab's geschafft. Aber ich hab einen Schaden bekommen. Das war nicht so gut, aber Silber wenigstens. Okay, das Eis ist weg. Okay, das ist einfach als Dekoration da. Und was steht da? Eins der vier Fragmente Eis. Oh. Okay. Okay. Wer hat's gedacht bei einem Eislevel? Wir siegen alle Gegner. Oh, nein. Oh. Oh. Komm her. Komm her. Ähm. Das war irgendwie erbärmlich, aber egal. Hallo? Kommt es mir nur so vor, oder ist es irgendwie leichter? Und hab ich Gold? Ja, ich hab Gold. Und kann ich da oben hin? Nein. Wieso kann ich da nicht durch? Wieso nicht? Da geh ich einfach mal... Okay, das war einfach mal... Okay, ich kann da nicht. Schade. Da geh ich einfach mal... Okay, da geh ich einfach mal nach rechts. Warte, kann ich da hin? Warum musst du ja... Hm. Okay. Ich geh einfach jetzt mal nach oben. Vielleicht ist ja da irgendwas, was ich machen kann. Betätige alle Schalter. Warte, ist das nicht der gleiche Level? Hallo? Ähm. Was war das für ein Monster? Wo ist das scheiß Monster? Das werde ich doch gleich mal einscannen. Ach, du heilige Scheiße. Was war das für ein verficktes Monster? Boah. Jetzt seht ihr gleich das Monster wieder. Bäm. Kolossus. Ähm, yeah. Yeah, das Monster ist cool. So. Aber ich werde es nicht töten. Oh. Okay. Egal. So. Geschafft. Oh, Monster, bitte weg. Monster, bitte weg. Bitte. Ich bitte dich. Oh, ich hab Gold? Bitte, 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 bitte. Ach, Silber. Oh, ich dachte schon, das lebt. Okay. Ich kann nach links gehen. Ich geh mal nach links. Ah. Okay, verstehe. So ist es halt. Dann muss ich nach oben gehen. Wir tätig alle Schalter. Ähm. Ja. Übertreib doch gleich. Was sind das für Spostis? Boah. So. Komm her. So, danke. Scheißkarte. Komm her. Warte. Ich brauch einen Hammer. Ich brauch einen verfickten Hammer. Waffe. Hammer. So, so. Mann, oh Mann. Komm. Nerv mich nicht. Ach. Verstehe. So wird das hier gespielt. Na klar. Egal. Das ist mir so scheißegal, ihr Sposti-Teile. Okay, komm. Ey, das ist doch kein... Ähm. Ähm. Das war die allgemeinrichtige Kraft. Okay, so. Hä? Wie zum Teufel? Okay, bevor ich das weitermache, ich versuche es einfach mal aufscreen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich habe, glaube ich, herausgefunden, wie das funktioniert. Das wollte ich noch kurz zeigen. Okay. Okay. Okay, komm. Komm. Und. Ach. Komm. Komm, das kann ich noch besser. Oh, das war knapp. Ach, Leute. Mann, das pisst mich so. Okay. Aufscreen mache ich das weiter. Okay. Ich habe es geschafft. Oh. Das war knapp. Also, der Trick war wirklich so. Man muss vom ersten Schalter her ein bisschen nach rechts gehen. Und ein bisschen nach unten. Und dann, also ein bisschen in die Ecke gehen. Und dann muss man das da hinschwingen lassen mit dem Hammer. Das ist einfach leicht. Und. Och. 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 Ach. Okay. Warum mit dem Hammer? Waffen, Waffen, Waffen. Okay. Schwert. Nächste Sinn und Kreuz. Muramasa. Das empfehle ich jedem. Und. Okay, das hat sich erledigt. Schwachmaten. Och. Wie dumm muss man sein, Leute. Komm. So. Okay, du bist tot. Muss ich den Schalter betätigen? Ähm. Ja. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Okay. Aber ist er, er wartet jetzt da, Niaki, oder was los? Was? Ach, leck mich. Muss ich jetzt den Weg wieder zurück. Ach, Mann. Oh, Mann. Mann. Nur wegen so einer Scheiße. Hier ist auch ein Weg. Ach, Bug. Ein Weg, den ich auch nicht gehen kann. Ach. Warte mal. Warte mal. Ich hab da eine Idee, was ich vielleicht ausprobieren werde. Oh, das ist verschlossen. Okay. Ach, Grafikfehler hier. Okay. Oh. Oh. Wie war... Ach. Wartet. Waffen. Hammer. So, so. So. So ist es ausgerüstet. Jetzt müsst ihr von dieser Ecke her so. Jetzt ist man da drauf. So ist es halt. So muss man das auch machen. Okay. Ach. Okay, das werde ich jetzt mal machen. Dieses hier. Ja. Und wir sehen uns gleich. Okay, ich hab's gemacht. Ich habe kurz davor gespeichert. Wenn irgendwie jetzt irgendwas kommt. So. Yep. Okay. Okay, Waffen. Schwert. Nee, sind noch ein Kreuz. Aber wenn jetzt irgendwie ein Yaki kommt, werde ich das sofort stoppen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Oh, okay, okay. Okay. Hä? Ja? Und nicht schon wieder so eine scheiße... Warte. Achso. Okay. So, war das gut. Und jetzt so. Und so. Okay, das hab ich schnell kapiert. Zu Glück. Boah, ich dachte schon, jetzt kommt ein Yaki. Aber er kommt wohl nicht. Okay, wir haben eigentlich alle Räume jetzt gemacht. Da gibt es nix mehr, was ich machen kann. Warte, was stand da? Boah. Ich hasse Eislevel. Ja, okay. Wenn das so ist. Okay. Nein, das wollte ich nicht, Leute. Und ja. Ich geh jetzt mal zu diesem Tor da. Wo wir nicht anfangen konnten. Ach, dieses Tor, okay. Warte, wo war jetzt dieses... Diese Tür? Das weiß ich nicht mehr. Ach, warum ist sie eigentlich verschlossen? Heißt das vielleicht, dass ich da später hin muss? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht nochmal hierher kommen. Dieses Level ist scheiße. Ich hasse dieses Level. Okay, komm. So. Danke. Okay. Und wenn ich irgendeinen Raum vergessen habe, sagt es mir, ich werde das sofort dann nachholen. Also. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Mann. Ich musste nur extra rausgehen, um Mana zu sammeln. Ich hatte nicht genügend. Also. Es geht los. Was? Oh nein. Ich hab keinen Bock mehr. Wo ist das perfekte Monster? Komm her. Ich spuck in dein Gesicht, du Scheiß. Mann. Oh. Und ich hab auch bemerkt, dass mein Headset sehr gut klingt und meine Stimme sehr betont. Aha. Ähm. Ich hoffe, das klingt nicht so schwul. Ähm. Ja. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Und kein Gold. Das weiß ich irgendwie schon. Keine Ahnung warum. Kein Gold. M-m. Ja. Ich wusste es. Okay. Ich kann nach rechts gehen, oder? Was ist das denn? Hat sie jetzt irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Ich hab's einfach mal gemacht. Aus alter Gewohnheit. Oh. Ich hasse dieses verfickte. Wieso geht die Tür zu? Wieso? Wieso? Mann. Komm. Leute, Leute, Leute. Ihr wisst nicht, was für eine Anstrengung dieses Scheiß-Level ist. Selbst jedes Level ist leicht. Außer wenn es jetzt irgendwie so Flugpassagen kommt, dann hasst ihr das. Dann hasst ihr das so abgrundtief. Okay, kann ich nach oben? Oder ist es auch versch- Ja, okay. Okay. Dann ist die einzige Möglichkeit nach rechts. Und das will ich auch tun. Und betätige alle Schalter. Ey, das ist doch nicht euer... Ah. Okay. Ihr seht eine kleine Chance, was wir schaffen. Hoffe mal. Komm. Und. So. So. Okay, wartet. Ähm. Waffen. Ah, scheiße. Ah, scheiße Schwert. Hab ich das eigentlich noch? Oder hab ich das längst weg... ...gemacht? Hä? Was ist das? Achso. Okay, das ist ein Feuerschwert. Das geht noch. Komm. Ja. Ja. Geschafft. Ja. Fick dich ins Killscheißlevel. Ich hab dich hochgenommen. Ja. Mann, oh Mann. Und krieg ich was? Irgendwie denke ich das nicht. Doch, ich kriege was. Yeah, zum ersten Mal krieg ich hier was. Und was ist das hier? Was machst... Was macht das hier? Okay. Und was ist das? Ein Rezept? Breitstilwächter. Okay. Also kurz nur noch die Waffe ändern. Und dann muss ich sowieso die Folge beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.